In deren Klauen Kohlen glüten. Sauron, er ließ sich auf der Kurbel der Fallen nieder. Die Kohlen trafen ihr Ziel, Holz und Seil brannten. Dicht dahinter sah ich Shard und seine Gruppe. Sie hatten Sauron den Weg gebarrt. Wir waren wieder frei. Shard, schön dich zu sehen. Leider bleibt keine Zeit, das Wiedersehen zu feiern. Der Schutz der Reinen muss weichen, dann steht der Steinpalast offen. Was auch immer du tust, beeil dich, sonst sind unsere Scharen verloren. Da Sauron die Flockenfalle vernichtet hat, können wir ihre Verteidigungslinien zerschlagen, damit die Wächter zum Steinpalast gelangen können. Sie verlassen sich auf unsere Hilfe. Darf ich reden oder kommen noch 5000 weitere Angelegenheiten, wo ich nichts sagen darf? Das muss ich sagen, hat jetzt nur Film und Spiel gleich, weil das so noch nie vorgekommen ist. Der einzigste Angriff, den die Reinen auf die Wächter getätigt haben, war, wo sie den Baumhals infiltriert haben. Heiße Kohlen gibt es nur bei den Verteidigungsanlagen. Ähm. Weg damit. Toller Wurf. Nur noch ein Treffer. Noch ein Treffer? Alter Schwede. Alter Schwede. Ein Katapult wurde zerstört. Bam. Füß die Jugendmude. Mude. Endlich was zu tun. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Kontrolle über die Angelegenheit hier bringen. Alter. Gebt Gas jetzt! Schlage die Verteidigung mit heißen Kohlen. Alter! Dann kümmert euch doch mal selber um die Schweine hier. Endlich was zu tun. Eieieieieiei. Die KI. Es war schwer, aber du hast sie. Volltreffer. Das Katapult wird schwächer. Oh, ein Schiss. Mein Katapult wurde zerstört. Zack. Nächsten auszuholen. Katapult zerstört. Wow. So gut wie erledigt, mein Freund. Ein bisschen Energie aufsammeln. Achso, hiermit halte ich an. Schau an. Wusste ich gar nicht. Okay. So. Jetzt müssen wir ein bisschen Verfolgungsfahren wieder durchführen. Also ja, im Buch haben wir halt die Reihen halt mal die... Ah, fuck it angegriffen. Die Wächter angegriffen. Aber mit Unerfolg. Zwar ein bisschen halt eingeengt. Aber sie konnten sich ja trotzdem noch befreien. Die Reihen sind überall. Heiße Kohlen gibt es nur bei den Verteidigungsanlagen. Ja, nee, ist klar. Ein Katapult wurde zerstört. Wir haben noch einen einzigen Platz, wo wir uns hier einen Kult heißen Kohlen besorgen können. Verpisst dich jetzt. So, dann nehmen wir uns diese KV mal auf. Ah, zack. Nein, mach was du tun sollst. Oh, das war knapp, Alter. Ich kann mich ja so schwacken. Ich bin halt basht. Nur noch ein Treffer. Oh, guck, ich habe eine weitergetroffen. Aufnehmen. Katapult zerstört. Was heißt denn eigentlich noch ein Treffer? Das Ding muss kaputt sein. Also hier nur. Ich kann es mir geschmeißen, das ist scheiße. Wie ist das das? Ihre Königin ist schon längst tot. Sie liefern einen harten Kampf. Aber du kannst sie besiegen. Wie sehe ich? Du kannst auch mal was tun. Alter. Gib Gas. Los, ich bin rein jetzt hier. Feindbeschuss. Volltreffer. Die Ballista wird schwächer. Feindbeschuss. Feindbeschuss. Wie kommst du drauf? Bisschen weit weg jetzt, aber gut. Lass mich in Ruhe. Wow. Wir müssen Energie aufsammeln. Wir haben nichts mehr. Zerschlage die Verteidigung mit heißen Kohlen. Eine Ballista wurde zerstört. Alter. Verpiss dich. Also los. Nur noch ein Hilfer. Dich. Aber damit schlage ich mich jetzt gar nicht mal so zu viel rum jetzt hier. Kein Sinn. Oh Gott. Militet der rein. Weg mit den scheiß Rüstungen, du Spacko. Du musst mich verarschen. Ich hab gedacht, weg mit der Rüstung. Lass nicht nach, Schard. Die Reinen können sich nicht ewig verteidigen. Zerschlage die Verteidigung mit heißen Kohlen. Noch scheiße, die Lieder rein. So, dann gehen wir die scheiß Kohlen hier aufnehmen. So, was müssen wir sonst zerstören? Nie mehr Schmerz. Warum nicht? Wieso ist das ein Sniper? Und wenn ist der Ballista? So, das nehmen wir mal auf. Mit einer Ohrenwende, dieser dumme Schweine stirbt. Stirb jetzt. Das war's dann. Das war der letzte. Und hier kommen die Wächter. In your face, bitch. Hier kommen die Wächter. Ausgezeichnet. Die Wächter. Um sich gegen einen. Ich lange rechnen müssen, ey. Hab ich auch nicht so schnell geschafft. Ja, schön. hast du eine manöver freigeschalt probiert den kettenangriff xy b und x aus exib hat man fast exib kriegt man auf jeden fall dennoch mehr verräter du stück waschwertung welch grobe worte gerät hier wäre entsetzt was weißt du über meinen vater wir kannten uns gut was überrascht ich dachte das hättest du schon längst heraus gefunden du hast sie ermordet vater mutter jedenfalls werden die reinen bald siegreich sein und kritias blutlinie wird für immer enden genau wie er ich muss alle mehr finden ich muss vergiss ihn vorläufig siehst du diesen turm wenn man die stützen zerstört stürzt er garantiert um dann kommt den reinen auf dem schlachtfeld kaum noch verstärkung zu hilfe keine weisen worte für mich elomir muss büßen aber unsere pflicht als wächter geht vor wir müssen die gegenwehr der reinen unterdrücken und die zerstörung dieses turms wird das gewährleisten viel glück schart keine sorge schart elomir wird büßen konzentrieren wir uns vorerst auf das wohl aller aber du hast recht easel rib aber natürlich bring diesen signal für umzufallen der turm muss einen schwachpunkt haben finde und nutze ihn schart so wir haben uns gleich alles aufgeladen hier eben gerade die eulen die die dinge aktiviert haben hatten wirklich perfekt achte auf die flocken schart